Antomar aus also ich hatte in den Todes was ich gucken Servus die Dorma so der von gestern stimmt das hat geschaut vorbei also was er so eher von der ich weiß jetzt noch nicht wie das war damit den Upgrades mal da googlen googeln im Buch die Englischen hab ich, so du willst googlen, du willst den ganzen Tag Google ist dein Leidenschaft Computerkraft, was soll denn der Scheiße? Computerkraft? Computerkraft steht da draußen Flywheel Schafft Gerät TVD-Unit das haben wir alles nicht, das haben wir auch nicht Bombe Elektrik Motor da ist ein Magnet-Statik so 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 oh Scheiße da braucht man dann auch noch hinten eine Kühlung anscheinend Versprechen muss man halten, ja klar das ist gut du hast es nicht versprochen, aber er hat es halt gesagt genau bist du fertig ja die habe ich schon dann machst du eben Magnet-Di-Zing-Unit Magnet-Ding-Unit, keine Ahnung, wenn das ausspricht einfach nach Unit und dann passt das schon und ja was finden Pneumatik das sind irgendwie ein paar eine eine gut das sind irgendwie ein paar neue Blöcke, die ich selbst noch nicht kenne 16.000 48 Grad Gott ihr mei so Stage 1 Stage 1 65.000 Watt sind ja 65 Kilowatt, ge Watt Kilowatt, ja eigentlich ja ja gut hab ich gut, jetzt müssen wir nur schauen, wie wir die irgendwie betreiben dann gibt es dann noch alle Minion Power Magnet-Di-Zing-Unit da gibt es jetzt dann noch das Bevel-Gear B-E-V-I-L Gears davon kannst auch mal 8 Stück bauen Meinst du jetzt Beveled? Sollen das jetzt sein? äh so um die Ecke ein Achso das sind diese Eckverbinder da ja Eckverbinder genau und die bauen wir auch noch dann bauen wir die Schaft-Junksen auch noch ja jetzt mal schön langsam brauchen das die CNS ja wenn wir noch sehr sehr viel brauchen macht ja nichts draus ähm soll alles machen wie viele Bubble-Gear-Swisten mach 8 Stück mal also 2 Partien ja gut dann als nächstes brauchen wir äh wie haben die jetzt geheißen Schaft-Junksen Jung-Tion-Schaft ja Jung-Tion das ist egal ich schau einfach mal so und der Rest Schaft das ist einfach der nächste Schaft-Junksen so dann bauen wir so die haben ein bisschen Kraft und dann macht alles du wie viele brauchst du davon? äh davon werden wir auch einige bauen mach über Kriegsen raus 2 macht 10 2 macht 10 3 macht 10 ok jetzt eh es fehlt es fehlt ihm wahrscheinlich Schärfte fehlen das ganze Metafel mit Öl mit dem Zeugs ne das halt das Problem an wirkt her man kann muss halt warten zwischen dem Kraft ja vor allem totes kann man muss ich warten man muss erwarten bis man es unten reingedickt gut hätten wir gut dann brauchen wir zweimal Grinder 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 äh was denn das Schaft-Junkern ist das das was ich meinte ja Gearbox bauen wir dann auch noch ach Gott da bauen wir noch so viel du hast da keine Ahnung ja ruhig ist Kraft ja sind wir gleich mal am Anfang durch wir haben jetzt ein bisschen Problem haben wir der Kanola Sitz kann das jetzt jetzt geht's los Uh, 2,20 das ist eigentlich mal mit einer Strongbox kann auch mal das sind natürlich relativ wenig Kanola Sitz was für was sind die dann genau? die daraus machen wir Schmiermittel ah, Schmiermittel machen wir was was äh äh oder geht das mit Bonmel mal dessen gerne, musst du schauen ne hohe habe ich dann brauche ich noch dort und dann geht's rund Madelina is now hosting you cool 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 ähm, es geht rund wir gehen aufs Felder und jetzt wird er es schaffen geht ok geht ok geht das geht das heißt man muss ne Anlage bauen ich vermute so blöd auch klingt das wir das brauchen werden oder wir pflanzen das in unsere Dings rüber aber das wird wenig schnell gehen Problem ist das die nicht läuft ja dann müsste man eine extra Farm dafür bauen ja die Farm an sich läuft ja wir haben ja nicht viel Bonmel das ist das Problem deswegen bringt das auch nix also wirst man uns wahrscheinlich eine normale Anlage bauen ne normale Farm wo wir die drauf klatschen ja ja aber dann können wir das gleich bei einer anderen Farm dazu tun weil die Farm an sich läuft ja Farm an sich läuft ja aber die Frage ist ob das reicht also jetzt sagt wir brauchen viel ja deswegen bin ich gerade am überlegen so ne Worte reinkern kriegen wir Betrochium Ingo zusammen das ist mein Wittertück äh ja auch blöd warum ist mein Wittertück ja wegen Betrochium bei Betrochium das ist ja nur Triple Compressed Cobblestone und so ein Scheiß ja aber dann musst du ja trotzdem ja der oben das Toolfragment da brauchst du ja ein ja 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 das schon stimmt ok dann machen wir eine normale Borderline Can oder müsste die kann leider keine Automatikmaschine benutzen oder ja aber immer schon besser als wie gar nix ja aber ist doch ein Blender halt ja ja wir hätten mal gleich machen müssen glaube ich sonst wird nix gehen bau ich mal ähm ich bau Blender bin fertig ich auch welche Upgrades ähm eigentlich ob gerade wir hätten zwei Kopfer ein Eis nehm mal die zwei Kopfer oder fünf sollte genügen nehm mal Kopf gut hast du passt ähm wo bauen wir das hin am besten dorthin muss auch ja bauen wir das drüben hin also über das Portal ja dann hätte ich noch mal ein Tesseract mehr wir müssen mal Energie ja Tesseract haben wir eh drüben ja aber trotzdem Energiepipes habe ich ja ich auch Itempipes habe ich ein paar das sollte auch reichen ein paar ein paar Diamantpipes Diamantpipes vielleicht ein paar Felder noch so gut so wo bauen wir das da hin ich glaube eh am besten hier in die Ecke irgendwo hin oder? da start's am wenigsten ja eh ja gut kann man ich baue mal hier an der Kiste hin wo wir ganze Schrott da rein tun was wir hier brauchen könnten so ja brauchen könnten so hier brauchen könnten also wir haben jetzt wieviel plus eeeee wir haben vier plus vier ich hab plus fünf keine Ahnung was du gemacht hast aber Kopfhör achso Bronze achso Bronze ja ist egal dann können wir eins vier und dafür ist egal ja ich kann auch noch einen Bronze machen das ist gleich wir haben ein ein Radius von sieben Blöcken also ein Durchmesser von sieben plus sechs drei zehn fünf sechs sieben acht zehn elf zwölf dreizehn eins zwei drei vier fünf sechs sieben zehn ich hoffe es für dich er trat zehn bloß fünf und der Mitte ist dreimal drei standardmäßig ja aber für dich dass du richtig gezählt hast ja ich hoffe er auch für dich sonst müsstest du wieder umbauen und wo wollen wir dann den Harvest hin bauen vor der Seite vor der Seite vor der Seite vor der Seite bitte eins zwei drei vier fünf sechs vier ich weiß nicht ob die überhaupt Wasser brauchen zu wachsen oder nicht aber ich glaube schon ich brauchte jeder für uns das ist das Wasser fast jeder warte der hinterher liegt in der Kiste du kannst dann auch verbauen gut eins zwei drei vier fünf sechs aus auch gott wo noch mal zwei steckt wird hat eine relativ große fläche wie du sagst wir werden es brauchen ja durch aus es wird hier durch aus durch aus durch aus durch aus durch aus durch aus kann da schon mal basieren das wird baum weil mein ganzes in Metall ist mit hrs Stahl voll also mein normales Problem bei diesen Rotary und Reaktor Crafts den ganzen Scheiß du brauchst so viel fucking Maschinen damit das läuft damit das läuft meins wie wie ähm ja was man halt geredet ja es ist fast so ähnlich wie bei Cracktech Cracktech genau braucht 250.000 Maschinen um eine Maschine herzustellen Cracktech wurde ja richtig extrem wie du gesagt hast man braucht selbst eine Cracktech Maschine um Sticks herzustellen ja und alles mögliche Applaus 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 jetzt ist Schluss das Mädchen die ja ganzes Leben lang nur dieses Spiel gespielt haben mal für ein Spiel da noch pflanzt er die ok nein weil kein Strom der pflanzt sie nicht der hat Strom so stimmt war ja in deinem Inventar schaut nicht Judas schaut nicht Judas schaut nicht Judas jubel kann man nur Endio versuchen ob das mit Endio funktioniert so ich muss die erst aufladen die Water Can mal in das als Filter rein sagen auch wenn es keinen Sinn macht ne da nix mal gucken ob er das ernten tut ne das ist kein Problem nein hab ich keins mehr weiß eh gleich soweit ähm muss ich noch upgraden ist schon drin gut sonst könnten wir in einem schlimmen Fall wirklich nur Endio nochmal testen ach ne glaub ich muss ne Kiste dahinter machen damit er überhaupt das rein beöffnet in die Kiste oder so dahinter ne geht zeitlich auf nein geht nicht da ist extra der Output eingezeichnet ne ja geht ja so das hat er auch das heißt funktioniert nicht das heißt das heißt wir versuchen mal Endio Farmen ob es damit funktioniert ja dann reist man den müsste wieder ab versucht haben wir es noch dann reist du den müsste wieder ab ähm Endio da brauchen wir eine Farming Station Farming 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 Station wo ist sie denn ähm mein trübes Auge trägt mich nicht mehr lange ja suchst halt einfach eine Farming Station geht auch ja das wäre viel zu einfach stimmt du mal danach stimmt die haben ja bei Endio komplett neue Texturen da findest du nichts mehr ganz anders wieder raus so und ich weiß jetzt nicht wieviel wir dafür wirklich brauchen mehr von den Lappen